Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und finally kann ich euch mehr dazu erzählen, wie ihr diese Katze hier bekommt. Diese Katze hier bekommt ihr nämlich aus dem Kessel und ich wollte mit diesem Video warten, bis ich die Katze auch wirklich bekommen habe, um euch darüber mehr erzählen zu können. Als allererstes, wie könnt ihr hier überhaupt Sachen reinschmeißen? Ihr müsst dafür erst einmal diese tägliche Aufgabe gemacht haben, denn bevor ihr diese tägliche Aufgabe gemacht habt, könnt ihr schon einmal gar nichts hier in den Kessel reinschmeißen. Dafür erstmal den Geist anklicken, ihr bekommt dafür auch noch Spielererfahrung und auch noch Herbstmarken. Habt ihr immer eine unterschiedliche Sache, die habt ihr dann hier oben, könnt dann auch natürlich nur diese Sachen reinschmeißen und ganz wichtig, mit der täglichen Aufgabe könnt ihr die Katze nicht bekommen. Die Katze gibt es ausschließlich, wenn ihr die weiteren Reinschmeißversuche macht, also alles dann, was ihr dann nach dieser Sache hier reinschmeißt. Was ihr dann im Endeffekt reinschmeißt an drei Sachen, ist völlig egal. Doch Star Stable hat vor kurzem einen Post dazu gemacht und dieser Post sagt, und jetzt ganz wichtig, sagt, dass ihr mit jedem Mal, wenn ihr Splitter reinschmeißt, die Wahrscheinlichkeit erhöht, die Katze zu bekommen. Also, Star Stable hat ganz klar gesagt, ihr habt bei allem, was ihr reinschmeißt, dieselbe Chance, die Katze zu bekommen. Wollt ihr aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen, die Katze zu bekommen, schmeißt ihr mit Splitter rein. Und da ist natürlich auch super, dass es diesen Splitterpack gibt, wenn ihr das Video dazu nicht gesehen habt, schaut es auf jeden Fall an, wodurch ihr jede Menge Splitter bekommt. Denn ihr solltet, wenn ihr bisher noch nicht die Katze habt, solltet ihr unbedingt schauen, dass ihr dann auch immer wieder die Sachen reinschmeißt. Übrigens war es im letzten Jahr so, dass generell eine höhere Wahrscheinlichkeit war, wertvollere Gegenstände drin zu haben, wenn ihr Splitter mit reingeschmissen habt. Also kann ich euch empfehlen, schmeißt auf jeden Fall, so gut es geht, immer Splitter mit rein, um die Wahrscheinlichkeit für euch zu erhöhen, die Katze zu bekommen. Die Katze an sich ist eigentlich ein echt süßes Haustier, seht ihr hier auch nochmal ein bisschen, ist eigentlich eine von diesen Standardkatzen von den ganzen optischen Sachen her. Und hat halt ansonsten auch noch diesen kleinen Hexenhut auf, ist also eigentlich ein recht cutes Haustier, besonders wenn man bedenkt, dass ihr es ja dadurch, durch diese Sache hier, völlig for free bekommt. Von daher, schmeißt einfach fleißig Sachen rein, wichtig ist eben die Sache, dass es die restlichen Gegenstände natürlich alle hier im Gallopers Keep gibt. Die Splitter könnt ihr dann nur außen holen und wenn ihr dann dazu eben nochmal den Guide haben wollt, schaut euch unbedingt den Splitter Guide, den ich dazu schon gemacht habe, an. Findet ihr hier verlinkt im Video und damit sage ich danke fürs Zuschauen und fröhliches Sammeln für die Katze. Bis dann, ciao, ciao.